warum es so wird deutsche reden ist so wird komisch zu komisch moin meister shell today ja heute wird herausforderer gemacht heute kommt der herausforderer rang die obere linie spiel den mall fight mach mal dialekt was für dialekt ich habe kein dialekt hast du das gesehen ich glaube es hackt zu welchem bundesland kommst du baden württemberg nach gott die warteschlange heute ist mal wieder zu lange mach halt den klienten auf deutsch guten morgen meine lieben buben spotify sollte dich zum heißesten single der woche nennen woher den akzent was für akzent woher habe ich akzent ich spreche hochdeutsch du betonst extra soft so auf süß so wie sie es gehört soll ich aggressiv sprechen oder was deutsch kann eine sehr schöne vernünftige sprache sein wenn man das ch nicht so ausspricht can you make a speech in german aggressively ob du denkst dass ich gearbeitet habe es ist vier engel oder dieses vier engel die 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 nase nase ist nase gut hier warum spreche ich englisch wieder ich bin so daran gewöhnt englisch zu reden hier wird nur deutsch geredet warum ist ein rengar ein tricks fährt auf meinem auf meiner jungle rolle hallo ryan warum spielst du k6 und nicht rengar wenn du ein wann ein trick fährt bist guten morgen heute nur wins ich druck drei daumen ach verflixt oder ist ja richtig gut was ist dein lieblings monster energy ich trinke keine übersüßes übersüßeten übersüßeten zuckerhaltigen drecksgetränke ich trinke nur wasser ich hoffe gesamte spieler kriegungs füßigkeit ok mein team wird mich karrieren wird mich tragen bitte gib mir nicht nur noch ein schluss unlucky pepperoni mach ich mir doch plus zwölf du hund die gang die gang ist wieder am start gruppe bande die bande boom 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 komm der nächste der nächste die der der ist oft die haben die oder Große. Jetzt geht der Client auf Deutsch bitte. Kass hat den Spiel in der nächsten Runde. Klaro, man. Moderatoren. Glückskind. Großmeister. Meisterschaftswertung. Kleeplatt Malfeiter. Beinahe Ballkönig Amomo. Meeresrauschen. Flammende Finsternis. Beständiges Schwert. Zorn geboren. Jo, kann ich auch ein Spiel finden, weil ich will gerne dieses Videospiel spielen, was uns alle so sehr Spaß macht und uns alles so erfüllt. Nice Cocktail. Bären, Banane, Protein, Milch, Haferflocken. Guten Tag, Yamato. Habe heute Abi-Ball. Wie risse ich Frauen? Entsponten Mittag. Hoffentlich wirst du von deinen Mitspielern nickt verpumpernickelt. Hals und Beinbruch. Warum sagen das Leute, by the way? So komisch. Wenn du jemandem viel Glück wünschen wirst, dann sagst du Hals und Beinbruch. Warum? Der Klufkrabbler. Ja, Mäthu, wann beginnst du mit Onlyfans? Ich würde Onlyfans machen, mit meiner Freundin. Aber ich glaube, sie würde dazu nicht zustimmen, denn sie ist gerade am Jurastudieren und ich glaube, diese Kombination lässt sich nicht miteinander identifizieren und vereinbaren. Wieso redest du deutsch als wärst du deutsch als zweite Sprache? Was laberst du? Nur weil du aus Berlin kommst und ein komplett dummes No-Brain-Deutsch redest und weil ich Hochdeutsch spreche, heißt nicht, dass ich kein Deutsch als Erstsprache bin. Yo, ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Ich spreche sehr schönes Hochdeutsch aus Darmstadt. Oh ja, Darmstadt equals Hochdeutsch. Kap Klaus. Frankfurt equals Hochdeutsch. Kap Frankfurt equals Türkisch and Arabic. Absicht verkünden. Oh ja, warum hat Krug zwei Gs? Was ist das? Krug. Krug ist ja ein Gefäß in Deutschland, deswegen mussten die dann ein zweites G dranhängen, damit keiner verwirrt ist. Ah, jetzt macht alles Sinn. Raffinierter Jäger. Plötzlich Einschlag. Soll ich deutsch mit meinem Kollege Argoin reden? Wir sind so gute Freunde. Ich glaube, der hat mich eh mutet oder blockt, glaube ich. Pretty sure. Ich kann nur auf sie draufjumpen, wenn sie ihre E benutzt. Ach, der Hund. Sit. Mach, mach Platz auf großen Papas. Wie sagst du Daddy auf Deutsch? Oh, come on. Flush. Blitz. Blitz Abusers. Ja, wo rennst du hin? Bagdad? Wo geht's hin, Syndra? Bagdad? Ach, come on, ey. Ist doch zum Kotzen, diese Mechanik. Was ist jetzt los? In Ohio. Okay, alles klar. Na dann. Oh. Oh. Guck mal, den ganzen Outplay, den ich machen kann. Boah. Ich komme ja fast in Range zu diesem PDF Champion. Ist echt krass, wie easy ich in die Range komme hier. Um Q zu machen, aber warte, da komme ich gar nicht. Oh. 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 fuck off i don't know, von just f fuck off, get me into the next please Nicht mal einen Damage Schaden habe ich dem gedrückt. Den Hurenzahn. Champion. Gut, dass er genervt wurde. Gegner hat Aufklärungsdrohne. Aufklärungsdrohne. Wir haben keine Frontline, kein Engage, kein gar nichts. Ich kann nicht spielen, leider. Dieses Spiel kann ich nicht spielen. Ich sein Algorithm-Trashchen. Ach, ein minus 31 wegen dem coolen Typ, der so gut ist mit seiner Evelyn. Ja, klar, natürlich. Minus 31, ja, das macht ja Spaß. Wie ist es so, seinen Lebensunterhalt mit Liga der Legenden zu verdienen? Manchmal gut, manchmal bad. Wenn man es so sieht, eigentlich ziemlich positiv. Man kann sich nicht beklagen, mit einem Videospiel Geld zu verdienen. Aber trotzdem, manchmal ist es ziemlich nervig, because das Spiel ist halt einfach nicht so nice gerade. Das Spiel war schon lange nicht mehr wirklich nice. Und wenn es mal nice ist, dann ist es nur nice für ein Patch und dann ist schon wieder alles zerstört. Ich würde gerne meine Assassinen spielen, so wie sie eigentlich im Spiel gebildet werden sollen. Leider kann ich es nicht, weil es einfach scheiße ist. Und ich muss leider Bruiser Talent spielen, um überhaupt Impact zu haben. Ich spiele einfach das, womit du Spaß hast und du wirst automatisch klettern. Oh ja, die Gegner hatten letztes Spiel. Fünf Challenger. Und wir hatten zwei Challenger. Guten Morgen, du bist dumm. Und sogar einen Master. Was ist der? Ist der DK oder was? So, wir hatten ein Master, zwei Grandmaster, zwei Challenger und die hatten fünf Challenger und wir haben 31 LP verloren. Das macht natürlich Sinn. Ich gehe mal wieder auf Relentless, auf erbarmungsloser Jäger. Danke, Riot, für eine Huren-Zone-Sign. Ich glaube, jedes Mal, wo ich gegen Bro an spiele, scheiße ist jemand in die Hose und trifft gar nichts. Und dann kommt Beta-Jungle und dann GG. Er hat nicht mal Bone-Plating, was hat er dann? Merkst du, wie er sich in die Hose scheißt? Ich merke es. Lass mich raten, besser, Jungle ist schon unterwegs. Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich, da ist er schon. Vielleicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und jetzt hat er bessere Ladyface. Gerade deswegen. Ich kann nicht mehr. Ich krieg den. Keinen Stress. Er geht wieder nach Bagdad. Was soll man machen? Es ist mehr wert. Weil er eine ganze Wave verliert dadurch. Warum klaut er mir meine Minions? Warum klaust du mir meine Minions, wenn du siehst, dass ich komme? Ach, Mann, ey. Ey, es geht. Manchmal ist einfach zu viel. Manchmal. Manchmal ist einfach zu viel. Ach, schade. Er verflickst. Das hätte richtig cool aussehen können. Hätte ich den auch bekommen. Hat er geflasht? Es geht schlecht, sich zu bewegen. Geht leider schlecht. Es geht leider schlecht. Ich kann mich leider nicht bewegen. Für 5,5 Sekunden. Weil Maokai Long Range Ultimate hittet. Der Hurenzong. Er ist ein paar Mal. Das ist natürlich nice, dass die Xayah da stirbt. Das ist ja richtig cool. Wie viel noch bitte, Jesus im Himmel, Jesus im Himmel. Ach, wie kann das denn sein? Das war ein Dabüro nicht hittet! Können wir eh nicht fighten, sowieso. Wenn die so positions sind, können wir eh nicht fighten. Dann mach ich das jetzt. Ja, lucky. Ah, Junge, es ist das so ein Bullying, ey! Ohne Scheiß! So ein Rotz, ey! Jedes Game ist es ihm! Wie lucky kann man sein?! Er ist gut, aber doch nicht so gut, dass er jedes Game so hart gewinnt mit jedem so sexy Team! Wie kann der so oft gewinnen?! Ich muss jedes Game Counter-Match aufspielen! Jedes Game! In vier losing Lanes! Um es alles zu topen! Wenn es nicht so scheiß Sauna in meinem Zimmer wäre, dann wäre es echt nice. Dann wäre es echt akzeptabel. Leider ist einfach Sauna. Und wenn es Sauna ist, ist es nicht so nice. Ja, Anime, es macht jetzt so Spaß mit Lanes zu spielen grad. Es ist richtig schön nice. Warum muss echt alles auf Deutsch sein? Also wirklich alles! Konzentriert euch! Ja, komm mal! Die Stoffrüstung von der Lissandra, die muss natürlich gekauft werden. Weil sie hat ja nicht schon allgemein ein Counter-Match-Up. Da muss man natürlich Armor kaufen. Weil es halt zu schwer ist, gegen Teller nicht zu sterben als Lissandra. Es ist einfach zu schwer. Lasst uns einen Drink von dieser Cola erschmecken! Ich spreche Deutsch, aber warum benutze das Cringe-Language? Warum nicht? Das ist einfach zu viel. Ja! Ich bin nicht drauf. Ich muss die季节 noch mal wieder auf. Ich bin nicht auf der Flucht. Es gibt so viele Flucht zu geben. Ops. Ich bin nicht auf der Flucht. Ja! Von der Flucht haben in investigators. Ich bin nicht auf der Flucht. Ich bin aber es geht nicht damit. und dann wieder ein Ange vaibevulft. Das ist so insane actually Das ist echt insane, not gonna lie Wie hart bin ich am Bombi-Fall Das ganze scheiß Spiel lang Es ist echt krass Keiner macht irgendwas Jeder ist Hund Okay, Penner Nee, kein Penner, weil alle Bobs sind Jeder ist Bob hier Jeder ist Bob Too many Bobs Einfach zu viele Bob the Baumeister sind das Game Wie hart Ach, natürlich Na klar Na klar ist der Gering gerade da In dem Moment und drückt seine ultimative Fähigkeit Ach, natürlich Ja, okay Ich brauche das schwarze Beil Ich brauche das schwarze Beil Jedes Game so fucking champdiff also Ich weiß nicht, wie ich so mal mit so champdiff gewinnen Ich verstehe es nicht Wie kann man mit champdiff gewinnen Wie kann man in champ select, wenn man so drafted gewinnen Kann man doch obviously nicht Geht einfach nicht Jetzt ist es einfach los in champ select Ich habe die kleine Missgeburt Jace wieder Der wieder Jace spielt Und der kann es Er ist useful Aber er macht doch einfach nichts Nearly AFK Farming Habe ich schlecht gespielt dieses Game Sag es mir Habe ich nicht einzigen für das ganze scheiß Game gespielt Minus 27 Try to enjoy the game in this season, bro Keine Lust mehr Tschüss Simpler als das Tschüss Kamel 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 Kamel